Also ein Aspekt, der da vielleicht auch mit reinspielt, ist, dass ja Millet wirklich so viel zu libertär, richtig massiv, wenn es denn überhaupt Proteste gibt, die werden in einer Form repressiv niedergehalten, die es so auch nicht gab. Was natürlich auch einen einschüchternden Charakter hat. Also soweit ich das mitbekommen habe, sind Demonstrationen mit mehr als drei Leuten untersagt und Demonstranten können im Extremfall auch die Kinder weggenommen werden. Also es gibt tatsächlich so ein Notstandsdekret, was relativ radikale Maßnahmen beinhaltet hat, das Millet unterschrieben hat. Ja, ja, und das ist ja auch sozusagen, das ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Thema, wie er mit diesen Dekreten umgeht. Also dieses Lay Omnibus, diese gesammelten Gesetze, die er da auf einmal durchbringen wollte, das ist zwar teilweise gescheitert, aber dieses Notstandsdekret, was sozusagen diese massive Repression ermöglicht, das ist nach wie vor, funktioniert das. Und dann noch ein Aspekt, den man nicht vergessen sollte, das glaube ich, weiß gar nicht, in Deutschland auch gar nicht so bekannt, aber das argentinische Militär hat zu über 90 Prozent, haben die Millet gewählt. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da weiß man auch, und das in der Gesellschaft, die die entsprechende Erfahrung mit einer Militärdiktatur gehabt hat, die wissen auch, dass Militär, was ich mir auch zu dieser großen Prozentscheid, ich habe auch Argentinier gefragt, das konnten sich auch die wenigsten erklären, aber sozusagen die Zahlen sind eindeutig. Das waren, glaube ich, 92 Prozent aller Militärs, haben für Millet gestimmt. Also das sind die Zahlen vom zweiten Wahlgang und beziehungsweise dritten, je nachdem, wie man zählt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte, dass man weiß, das Militär steht komplett geschlossen hinter Millet. Und das jetzt nicht unbedingt aus verfassungsrechtlichen Aspekten, sondern die sind davon wirklich überzeugt. Und da kommen natürlich nochmal auch seine Vizepräsidentin mit rein. Das ist jemand, die sozusagen ganz massiv sagt, hey, diese Strafverfolgung der Militärs wegen der Diktatur, die 30.000 Toten und Verschwundenen gab es sowieso nicht. Und sie hat halt so als großes Leitthema ihrer Vizepräsidentschaft ist halt sozusagen die Wiederherstellung der Ehre der argentinischen Armee. Und das hat, glaube ich, auch nochmal signifikant die Stimmen mobilisiert aus diesem Sektor. Also wie ernst kann man das nehmen? Ich meine, man hat ja bei Bolsonaro auch in Brasilien gesehen, dass er die Militärdiktatur schön geredet hat, dass er sogar über Militärputsch schwadroniert hat. Aber letztlich ist weder zu wirklich einem Putsch oder so gekommen ist, noch zu einer deutlichen Steigerung der Macht des Militärs. Also dass Bolsonaro in erster Linie ein Maulheld war. Ist da jetzt bei Millet von anderem auszugehen? Also nicht unbedingt Millet selbst, würde ich sagen. Es gibt auch, also das ist jetzt wirklich eher so gerüchteweise, aber dass viele in Argentinien tatsächlich sagen, die eigentliche Macht hält seine Vizepräsidentin in der Hand, halt auch mit dem entsprechenden Backing der Armee. Und sie ist sozusagen gekommen aus einer kompletten Militärfamilie mit auch entsprechender Beteiligung an Folter und den ganzen Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur. Und die wird auf jeden Fall als weniger maulheldisch eingeschätzt, als jetzt unter Umständen auch Millet. Millet würde ich ähnlich einschätzen wie du, aber die Konstellation ist halt auch nochmal eine andere. Und ja, also bisher haben sie ja auch noch keinen Grund sozusagen auf Putsch zu machen. Also er sitzt ja halbwegs fest im Sattel noch als Präsident. Die Frage ist natürlich dann, wie sich das in der gesamten Konstellation zeigt. Weil insgesamt hat er ja jetzt im Kongress verfügt, glaube ich, über 38 Abgeordnete. Da gibt es wiederum eine totale Abhängigkeit von Macri und seiner Partei. Und ja, also da sind auch ganz viele Variablen, die man natürlich jetzt irgendwie nach grob zwei Monaten Amtsführung schwer einschätzen kann, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wir haben ja bei Millet wirklich radikale Maßnahmen, sowohl der Umsetzung seines libertären Programms als auch radikale Maßnahmen zur Repression gegen Proteste gesehen, obwohl die Proteste, wie du ja gerade beschrieben hast, gar nicht so groß waren, trotz der enormen Verschärfung der sozialen Zustände. Und da ist jetzt die Frage, wenn wirklich mal eine Institution, sei es das Parlament, sei es das oberste Gericht, radikale Politik gegen Millet macht, also fast alles blockiert, was er vorhat. Inwiefern ist dann zu erwarten, dass er sich an den Rahmen der Verfassung hält? Gute Frage, aber da würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Also ich würde denken, dass das jetzt, dass er jetzt, dass ihm das nicht so viel bedeutet, aber das wäre schlussendlich, kann ich da wirklich jetzt keine belastbare Aussage zu treffen, wie Millet sich da verhalten wird. Es gibt natürlich so ein paar Ansagen, auch allein die Art und Weise sozusagen, wie er über linke politische Kräfte spricht, die es wirklich menschenverachtend, dann ist natürlich nicht zu vergessen, das ist natürlich alles Symbolpolitik, aber sozusagen dieses Symbol mit der Kettensäge spricht natürlich schon auch für einen gewissen Blick und eine gewisse Haltung. und das ist, glaube ich, eine Mischung aus Maulhellentum, aber ich glaube schon auch dieses Gefühl, er ist jetzt an der Macht und jetzt zeigt er mal, was er kann. Und da sollte man auch nicht vergessen, Millet, das habe ich ja selbst auch ein bisschen getan, wird immer so als Outsider dargestellt, was er natürlich innerhalb dieser rechten Internationalen, um das mal so zu nennen, nicht ist. Also er hat sehr enge Beziehungen zu Brasilien, er wird von VOX massiv unterstützt, das ist diese spanische, dann schon in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, rechtsextreme Partei mit sehr viel Erfolg, die eine extrem, also aus ihrer Sicht zumindest muss man sagen, eine sehr effiziente Art hat, insbesondere in Lateinamerika rechtskonservative, rechtsliberale Kräfte zu vereinen. Dann hat er natürlich auch noch, also das ist, glaube ich, weniger eng als jetzt zu Bolsonaro oder nach Spanien zu VOX, aber Trump supportet ihn gewisserweise, dann haste Musk, der ihn ja zumindest auch ab und zu verbal unterstützt. Und er war, ich meine, das wird meistens überschätzt, dieser Status, aber er war ja schon auch Young Global Leader beim World Economic Forum, das heißt schon, da haben auch schon Leute Potenzial in ihm gesehen. Also da wird zwar viel auch übertrieben mit dem Status, aber es ist auch so, du wirst jetzt auch nicht einfach so nominiert zum Young Global Leader, wenn da nicht gewisse Wirtschaftskreise Interesse haben, sich zumindest so ein bisschen zu positionieren. Ja, und Millet hat ja eine Rede beim WEF gehalten und da diese typische Art neoliberaler, libertärer Agitation betrieben. Also es gibt nur kollektivistische Ideologien, das ist dann Faschismus, Sozialismus, alle möglichen Arten von Konservatismus, die auf Sozialpolitik setzen, Sozialdemokratie, also alles, was nicht libertär, nicht neoliberal ist, ist kollektivistisch. Also das ist diese typische Art der Agitation, mit dem die Neoliberalen eigentlich seit Jahrzehnten arbeiten und, also was heißt seit Jahrzehnten, seitdem der Neoliberalismus erfunden wird, ist das die Art der Agitation, dass man alle anderen Ideologien einfach als kollektivistisch bezeichnet, ungeachtet ihrer gesamten Unterschiede und dann sagt, wir stehen nur für die Freiheit und für wessen Freiheit Millet sich in Argentinien gerade einsetzt, das sieht man ja relativ gut. Die Freiheit von Unternehmen, die Preise zu erhöhen, die Freiheit des Finanzkapitals, in jeden Sektor zu investieren, in den es gerade möchte und ja, es bricht die Freiheit des obersten Prozents der Bevölkerung und des internationalen Finanzkapitals und nicht die Freiheit der Mehrheit der Menschen. Und vor allem da natürlich auch, das hatte ich ja vorher schon angesprochen, bei diesem Empath der Iromonico, dass natürlich sozusagen diese andere Kapitalfraktion gerade auch total leidet, also die eher von sozusagen dem peronistischen Ansatz, Zollschutz etc. profitiert hat. Also ganz grob gesprochen der Industriesektor, der in Argentinien auch nicht zu unterschätzen ist. Die hatten eigentlich bis vor kurzem auch noch eine, im Gegensatz zu Deutschland, eine funktionierende, halbwegs funktionierende Textilindustrie, die aber natürlich im internationalen Bereich nicht wettbewerbsfähig war, die aber sozusagen, der argentinische Binnenmarkt ist jetzt auch nicht völlig zu unterschätzen. Und dass sozusagen dieser wirtschaftliche Teil auch so aus kleinen, mittelständischen Unternehmen, Textil, Handwerk, die gehen natürlich jetzt auch den Bach runter. Massive Kaufkraftsenkung, Zölle, die wenigen Schutzzölle, die es noch gab, werden auch weggenommen. Das ist sozusagen auch ein Bereich, der auch nicht nur sozusagen die unteren sozialen Schichten treffen wird. Ja, das hatte ich ja schon zu Beginn gesagt. Also Millet, der scheint auf eine Ankupplung der Exportindustrie zu setzen. Und das schädigt dann logischerweise die Mehrheit der Arbeitnehmer im Land und auch den Binnenmarkt. Also kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher von Zollschranken profitiert hatten, die bisher von der hohen Kaufkraftindustrie profitiert hatten. Auch die Industrie, die international nicht wettbewerbsfähig ist, die wird da in den Bach runtergehen. Also die Industrieproduktion ist schon um 10 Prozent gesunken im Vorjahresvergleich. Jetzt schon. Und die Inflation, die explodiert gerade noch weiter. Die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt noch weiter. Also da dürfte Argentinien schwierige Monate durchleben. Und es wird jetzt die Frage sein, inwieweit die Währungsabwertung, die Millet durchgesetzt hat, und die ja an sich eine vernünftige Maßnahme wäre, wenn man sie durch Lohnpolitik flankieren würde, wenn man dafür sorgen würde, auch durch zusätzliche Staatsausgaben, dass die sozialen Folgen sich in Grenzen halten, durch vernünftige staatliche Industriepolitik, durch eine vernünftige staatliche Moderation, also alles sozialistisches Teufelszeug, laut Millet, wenn man das dadurch abfedern würde, wäre das ja eine sinnvolle Maßnahme, die unter Nestor Kirchner ja schon mal zu einem enormen Exportboom geführt hat. Aber so wie Millet das gerade macht, könnte das wirklich im wirtschaftlichen Chaos enden. Denn wenn die Währung abwertet und die Inflation in die Höhe schnellt und sich eine Lohnpreisspirale entwickelt und die Wirtschaft immer weiter abschmiert, dann kann das auch letztlich in Hyperinflation und wirtschaftlichen Verfall enden und muss nicht zu einem Exportboom führen. Also das wird noch interessant zu sehen, was da gerade passiert. Ja, und vor allen Dingen, was heißt Exportboom im Falle von Argentinien? Also das kannst du schlussendlich, kannst du es auf Soja und Rindfleisch begrenzen. Also weil eine industrielle Export gibt es de facto nicht und damit profitiert auch nur ein relativ kleiner Sektor. Und weil sowohl Soja wie auch Rindfleischproduktion ist jetzt nicht besonders personalintensiv. Und ja, lassen wir uns überraschen. Aber, wobei, lassen wir uns überraschen, klingt ein bisschen zu zynisch. Aber das wären auf jeden Fall harte Monate, wenn nicht Jahre für die Argentinier. Und gleichzeitig, das hat ja vorher auch schon angesprochen, finde ich wirklich so diese Leute, von denen du weißt, dass die null Argentinien-Expertise haben, also so die ganzen Libertären oder die sich als Libertärverkaufenden hier in Deutschland, die bejubeln ihn ja nach wie vor und sehen das jetzt so als das große Experiment, das jetzt endlich mal aufräumt mit diesem ganzen kollektivistischen Quatsch. Ja, das ist aber verständlich. Also, dass Libertäre von, wie gesagt, eher die Freiheit des Kapitals verteidigen, daran investieren zu können, wo es es gerade will, beziehungsweise die Freiheit, also der Mehrheit der Menschen oder beziehungsweise die materielle Sicherheit der Mehrheit der Menschen ihnen relativ egal ist. Das hat sich ja in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Und dass sie sich auch für Demokratie nicht interessieren. Ich meine, Demokratie ist ja auch so eine kollektivistische Idee. Die Mehrheit entscheidet etwas und dann wird das einfach umgesetzt von einem Staat, der der Minderheit das dann aufzwingt. Das ist ja absolut antiliberal, also jetzt aus libertärer Sicht. Ich meine, von Hayek ist ja das Zitat überliefert, dass ein liberaler Diktator einer demokratischen Regierung vorzuziehen sei, der es an Liberalität mangele. Also das ist ja schon länger dort vorherrschend. Und dieses Gesamtиной